Ja, willkommen zurück zu Naruto Shippuden 2012 Infokarte. Heute mit, ja, den dritten Aikage, den vierten Aikage, so gesehen würde ich mal sagen, Killer B, C und Dario. Fangen wir an mit C und Dario, würde ich mal sagen. Machen wir, gegen wen hat er in dem damals gekämpft, das war glaube ich, ja, nehmen wir hier für Sasuke eigentlich, oder, ach keine Ahnung, nehmen wir jetzt Karin oder Zui-Getsu, nehmen wir Zui-Getsu. So, also C und Dario haben wieder ein Hoch, das wollte ich nicht. Ähm, also er ist ja, er lebt wieder nach vorne, wie er nach vorne rennt, wartet. Einfach so nach vorne. Gut, ähm, er ist eher so der Genjutsu-Experte mit Blitz. Äh, was das bringt, habe ich keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie macht er sich auf den Kampf heraus. Hier ein, das erste Genjutsu, er hat ja dieses komische Licht eben, kann man glaube ich so besser zeigen. Und ja, also zieht nicht so viel jetzt ab eigentlich. Wir können Blitze machen. Ähm, das finde ich einer meiner Favoriten eigentlich. Zum Beispiel Blitzschall, sieht in diesem Modus besser aus eigentlich, weil es auch so rötlich ist. Äh, teleportieren. Das Genjutsu kennen wir ja schon. Ne, ist ja ein ganz anderes. Genau. Das ist in so einem Genjutsu, was ich von weit aus, das ist das Genjutsu, wo ich ihn berühren muss. Und das Genjutsu, was ich von weit weg machen kann. Was so ungefähr den nicht treffig. Okay, ich muss doch schon ein bisschen näher dran sein. Genau, so ungefähr jetzt. Und dann treffe ich ihn. Gut. Wenn ich aber in diesem Modus bin und ihn dann treffe, kommt dieses Genjutsu. Was finde ich geil ist und richtig viel abzieht. Ich muss mal kurz auf das Chakra gucken, wie viel das eigentlich von Chakra mäßig abzieht. Das sieht schon geil aus. Wo so ein ganzer Blitzhagelregen. Okay, zieht dafür alles ab, aber macht auch ordentlich Schaden dafür. Äh, hoch. Sprungmäßig nochmal Schuriken werfen und ja. Oh, da habe ich, da habe ich jetzt schon wieder was Neues rausgefunden. Er wirft. Da war ein Werft der jetzt schon. Muss ich nicht wissen. Ähm. Okay, also, dass er jetzt so hoch, dass er das drauf hat, wusste ich jetzt nicht. Naja, egal. Gut, dann, war es das soweit mit C. Also, ich weiß nicht, wie er heißt jetzt. Da steht C. Okay, ist ja nicht sein Name, sondern er ist, glaube ich, der drittstärkste. Ne, der zweitstärkste. Kommen wir zu Dario. Er hat damals, ja, er hat auch eigentlich eher gegen ihn gekämpft, aber auch gegen die Brüder Ginkaku und Ginkaku gekämpft. Also kriegt er die beiden. Geiler Auftritt natürlich. Also, der hat schon mal ein bisschen mehr drauf. Von diesem Laser Zirkus und diesem Dark Panther hat er, also Dark Panther hat er hier gar nichts drauf. Und wenn, dann habe ich es noch nicht rausgefunden. So, das ist jetzt so ein normales Jutsu. Eben kann ich von weiter weg, eben hinrennen, schlagen, gut ist. Ähm, dann kann ich Blitzfäuste zwei machen. Ähm, und dann die Jutsu's eben. Die Wasserwand kann er ja eben. Was ich... Kann ich, glaube ich, auch von weiter weg machen. Aber er macht ja auch die Wasserwand mit Blitzebend. Was er auch damals gegen Satzuka eingesetzt hat. Ein Blitzstil vom Boden aus. Und das ist jetzt eben der Laser Zirkus, würde ich tippen. Und. Ähm. Und ich glaube, mehr hat er auch nicht drauf. Der noch eben... Dann teleportieren, finde ich geil. Und ja, das war's dann von Dario. Machen wir jetzt, würde ich mal sagen, den dritten Reikage. Gegen... ...den... ...zweiten Sushi-Kage. Die waren aber irgendwie Fein, habe ich irgendwie mitgekriegt. Oder so. Das sind beide Untote. Und ja. Also, dritten Reikage geht schon ab. Also, allgemein drei Kargen. Okay. Ne, bei ihnen ist es jetzt gerade ein bisschen blöd zu zeigen. Nehmen wir jetzt mal Haku einfach. Ja, Haku, was auch immer du darstellen sollst. Einfach mal dieses Nehmen, finde ich geil. Und den auf den Boden mal hinschmeißen. Finde ich auch eigentlich klar gemacht. Ähm. Gut. Da habe ich jetzt diese... ...Reihton-Rust. Yeah! Die Reihton-Rust. Okay, das ist echt fies. Aber schwer bis zum Ball. Okay, noch erwischt. Dann macht er dieses ganz scheine Hinten-Therzack. Blutmäßig alles. Und dann nichts. Nochmal. Also, er geht schon ab. Okay, so ist das Richtige. Auch das zum Beispiel. Mal auf Spaß und Boden hauen. Also, es wäre Whitebeard. Hä? Was finde ich auch. Also, er ist überaussmäßig stark. Am Kopf packen. Einen Blitzschuss machen. Und dennoch auf den Boden hinschmeißen. Ja, immer mal so lang. Rariot. Soll es glaube ich sein. Ja. So ein Blitzschlag. Donnerblitz. Natürlich besitzen wir auch die Reihton-Rüstung. Das ist die Reihton-Rüstung eher. Ähm. Ja, was macht er jetzt hier? Doch. Doch, er besaß eine Attacke. Das weiß ich. Genau. Das war die. Okay. Jetzt habe ich zum Beispiel dieses Jutsu drauf. Einfach mal so auf Spaß drauf hämmen. Das war auch normal. Genau. Und dann das hier noch. Was unglaublich geil aussieht. So Bohnangriff. Einmal so zack rausspringen. Okay, das macht er jetzt überall. Ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ähm. Sarariot besitzt es auch normal. Und ja. Können wir natürlich wieder auflösen. Das war soweit der dritte Reikage. Beste Attacke fand ich eigentlich die jetzt hier. Die sah am besten aus. Und ja. Gehen wir zum nächsten drüber. Zum. Ja, wollen wir jetzt zu Killer Bee oder zu Reikage? Na, beide sind so. Na, machen wir. Eigentlich ist das ja scheißegal. Machen wir jetzt Killer Bee. Okay, gegen Haku jetzt scheißegal. Killer Bee. Oh, yeah. Schöner Rhyme. Killer Bee hat hier sehr... Kopf juckt. Sehr viele Attacken. Ähm. Gut, ich darf. Ich will jetzt nicht. Da gehe ich jetzt in den... Gut. Dann schauen wir nochmal. Er kann auf einmal... Okay, er kann nicht auf einmal, sondern an diesen... Ich nenne ihn immer Steam Eagle. Wo er mit den ganzen Schwerter ankommt. Erinnert mich sehr an den neuen... Nicht neuen Schwerter, sondern den neuen Schwerter-Stil. Wie viele Schwerter benutzt es Killer Bee? Nochmal. Eins, zwei, drei... Vier, fünf, sechs, sieben waren das, glaube ich. Dann schauen wir nochmal, was er drauf hat. Ist ein schönes Buch schreiben. Und da sind die. Schönen neuen Schwerter-Stil. Schön gemacht. Das ist nämlich mal ein schöner Monster-Strike. Ist aber noch eine andere Version. Ähm. Werft eben drei Schwerter von sich aus. Das ist das rare J, würde ich jetzt mal tippen. Huch. Genau, deswegen auch... Er steckt seinen... Eigentlich wie bei SoSuka eigentlich. Sein Schwert in den Boden kann... Blitze erzeugen. Aber nur so lange sein Chakra hochreicht. Nochmal bitte, das habe ich nicht so ganz gekriegt jetzt. Achso. Gut, Dan Birdies... Nö, hier macht er nichts, ne? Wenn wir zusammen... Drücken auch nicht. Gut. Dann können wir jetzt in... In die... In das Chakra des Acht-Schwänzigen. Eigentlich ist jetzt... Also es ist alles das gleiche jetzt. Also wir können alles genau das gleiche... Genau. Sprungattacken kann ich mal kurz zeigen. Finde ich eigentlich auch geil, wie das aussieht noch. Okay, Hater. Auch geil, wenn wir so einen Steam Eagle nennen, wie gesagt. Und dann haben wir einen Schweder werfen. Ich kann keine Schwede mehr werfen. Achso, kein Chakra. Also man kann auch nur eine wirkliche Anzahl schmeißen. Okay, am Chakra liegt das jetzt. Aber ja, gut. Also besitzt genau alles das gleiche jetzt eben. Und bloß eben auch mal mit der... Mit dem Gewand. Jinko, Henka, Öl. Jetzt sind wir in der Vorhaut. Und da besitzt er eigentlich nicht so viel jetzt drauf. Weil wir sind jetzt... Eher schon am Ende, würde ich sagen, von Killer Bischof fast. Da spuckt er einfach so Tinte mal hin. Wie geht denn Haku? Jetzt kann Haku sich nicht bewegen. Und wir könnten angreifen. Und ja. Hier besitzen wir auch das Rariot mit den Knochen. Und ja. Lauf auch nicht so viel. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Also so im Acht-Schwänzigen können wir nicht rumlaufen. Was ich eigentlich ein bisschen schade finde, aber okay. Kann man nichts machen. Kommen wir nun zum... Ja, Highlight weiß ich nicht. Kommen wir zum... Ah, egal. Ist jetzt eben Haku gemacht, kann man nichts machen. Gegen Rai Kaga, da ist schon sein Sprung hier. Ja, seine Sprungattacken ähnelt sehr des... Ähm... Des Rai Kaga, also dritten Rai Kaga. Wir müssen ja so gesehen, wenn das sein Vater war, ja. Sind wir ja der... Das wollte ich nicht. Sind wir ja der Vierte. So, er ähnelt... Oder soll er auch... Weiß ich jetzt nicht so ganz... Eines Restless erinnern. Also sieht auch so aus alles. So ein Gürtelertrag trägt er ja auch. Okay, man kann sie jetzt eben packen, auf den Boden schmeißen. Und ja, guck mal, was er so drauf hat. Weil... Okay, dass mir den Hintergrund passt... Oh, das ist blöd gerade mit dem Beispiel. Warum macht das so beides? Ja, Haku. Der Hintergrund passt hier dazu. Guck mal, ein Sprung, die ganze... Das ganze Gebiet so gleich zerstört. Ebenfalls das Rariot besitzt er. Ähm... Ein Gettling aus Fußtritten. Er hat mich sehr vom Bleach gerade sehr. Und ja, gehen wir nun... In die Rai-Ton-Rüstung. Ich nenne sie einfach jetzt mal so. Ist auch, glaube ich, so richtig. Das war das, was ich zuletzt zeigen wollte. Das war wahrscheinlich... Würde ich jetzt simt Liger-Bomb. Gegen Sasuke. So... Zieht auch sehr viel ab. Und ja. Finde auch jetzt geil, diese Sprungattracken. Ja, hier ist auch Superman, Superman! Und der ganze Boden. So. Genau, und alles gleich. Wir angesprochen kommen. Gut, ähm... Das kennen wir ja schon. Mit den L-Bogen kommt er angerannt. Genau, nun mal Angriff jetzt eben. Gut, äh, hakt immer in der Ecke. Aber das könnte auch ein Liger-Bomb sein. Nee, ist zu schwach, würde ich sagen. Wir haben auch mal hier so angeflogen kommen. Konnte gar nicht so eine Attacke. Und ein Gatling aus Fäusten jetzt. Gong Gong Gatling! Äh. Gong Gong Gatling! Also... Der Macker geht schon ab. Und ja, das war's denn jetzt schon wieder soweit. Highlight vom Rai Kage, weil ich jetzt tippe, ist diese Attacke. Liger-Bomb. Nennen wir sie so. Und ja. Ähm, aus dem Modus möchte ich gerne wieder raus. So. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zum Abschluss noch ein Watch-Kampf. Warum nicht? Nun mal zwei wieder. Doch, zwei kann man machen. Und wenn es letztes Mal aufgefallen ist, wir haben... Nee, oder? Egal. Lassen wir heute mal den... Den, 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 ich... Was? Das war noch mal. Uta... 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 Uta Kata. Und... Und... Ne, sagt er wieder so. Wir machen 2-2. Okay, machen wir jetzt einzeln. So. Okay, Take. Gegen... Ähm... Achso, muss ich auch rauswählen. Gegen Pain, weil Pain hat ihn ja damals eingefangen. Dann schauen wir uns jetzt mal an. Wer gewinnen wird. Ich tippe mal auf Pain. Schauen wir uns den Kampf mal an. Okay, Pain hat schon Chakra aufgeladen. Pain hat volle Chakra. Uta Kata setzt einen Jutsu ein. Er lässt Wasser sprießen. Auf ner Brücke. Er ist jetzt in ner Seifenblase. Wo er anscheinend mal was Chakra aufladen kann. Pain feist dich zu... Ähm... Uta Kata ist jetzt um in der Ecke irgendwie. Mach dir beiden auch mal was. Hallo? Äh... Ich... Ah, okay, er kommt... Hat er gerade Gitarre gespielt? Äh... Äh... Pain hat doch gerade Gitarre gespielt. Eindeutig. Okay, er sieht gut aus für Uta Kata. Pain würde aber stärker sein, wenn er mal was machen würde. Was macht... Okay, er macht zwei Wasserdrachen. Okay, mehrere. Und Uta Kata hat gewonnen. Die erste Runde. Achso, das war schief. Warum hat Pain Gitarre gespielt? Er war mal so schnell eine Schockwelle. Also jetzt... Chakra mäßig ist Pain mir natürlich wieder in Führung. Aber Pain macht nicht zu viel. Also... Der ruft nicht seine Freunde jetzt oder so. Er will... Chakra aufladen. Das bleibt spannend. Äh... Wenn ich den ungefähr in Führung... Uta... Okay, Uta Kata macht jetzt... Ernst? Er ist im Seckschwänzigen. Okay, er ist wieder rausgegangen. Warum? Okay, kein Chakra. Glaube ich. Naja, er kann auch so viel Schaden schon machen. Mit ein paar Seifenblasen. Was mich auch schon wieder interessiert. Es kommt jetzt... Ähm... War es 30. März? 2013 kommt ja Storm 3 raus. Wo man ja auch alle Jinjuriki spielen kann. Und da wird behauptet, dass Uta Kata scheiße sein soll. Weil eben diese Seifenblaser kann ja jeder ausweichen und alles. Also das würde ich nicht sagen. Weil wenn er jetzt hier... Okay, Mocken kann man nicht vergleichen jetzt, aber... Es geht. Weil er lässt ja die Bijou-Bombe, konnte man in einem Video sehen, wie er die Bijou-Bombe in der Seifenblase eben hat. Und Payne hat einen Freund gerufen. Oder doch nicht. Auf jeden Fall sieht es nach ein... Time Over. Der Sieg ist Uta Kata. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.